Hallo von der Meerschweinchenfarm. Jetzt habe ich heute fast ein wenig verkehrt angefangen. Wir müssen ja von ganz oben anfangen. Hier eben dieses Reich der Fixbetreuungen mit vollem Einzug. Bertha und Donald. Ich teile ihnen selber ein bisschen Lauftas in der Ruhebereich zu messen, die etwas ruhiger wollen. So war ich immer anders besetzt. So, ich habe die Fütterungszeit ausgewählt, damit man es einmal alle Oman hat. Die Betty, Rina, Nanni, Heribert. Du sitzt schon wieder im Essensschüssel drinnen. Charlie, die Schu-Schu, Tino, die Lilli, Ronja, Sammy, Fini und die anderen von mir. Ja, Henriette. Ja, einen Moment, einen Moment. So, nehme ich für den Fall, dass wir beim vorigen Video irgendwem übersehen hätten. Sie passen alles super zusammen in der Gruppe. Einen habe ich von mir dabei gehabt, den Fridolin. Der hat ein wenig Unruhe reingebracht in die ganze Garde. Da bin ich dann aber so, dass ich ihn halt dann außen tue, weil der Gruppenfrieden ist das Wichtigste. Und dann findet er halt einen anderen Platz. Dann passt es auch. So, dann sagen wir Tschüss von dem Meerschweinchenfahren.at. Bei mir läuft es schon wieder. Obwohl, die können ja nicht noch warten. Das ist wichtiger da. So, aber bevor es mir die Tiere erinnern, sagen wir ein fröhliches Wig-Wig und danke, dass alle da sein dürfen. Dann kommt es um genau zu agedicken. Und dann kommt es zum Beispiel, bis aggressiv wollen. Dann kommt es zum nächsten Mal hin. Und dann kommt es für ×her auf der in der Ta favour. Dann kommen dann alles nachher.